Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von League of Legends. Wir spielen Earth. Ich hab Trundle bekommen. Und ich spiel gegen Ash. Okay, das könnte schwer werden. Hetzend werden. Ähm, ja, wir spielen Earth. Ich hab Trundle bekommen. Ich hatte erst Janna. Ich find Janna auch ziemlich OP in Earth, aber ich hatte keinen Bock auf Janna. Dann hab ich Jinn bekommen, aber Jinn hatte ich auch schon einmal. Und das ist... weiß ich nicht. Jetzt hab ich Trundle. Ich spiele gegen Ash. GG. Super. Ja, warum Earth? Ähm... Ich hab, glaub ich, nicht genug Zeit, um noch eine längere Runde aufzunehmen. Und Earth geht ja eigentlich relativ schnell. Deswegen... Oh, Ash nervt, Alter. Nein, ich wurde noch getroffen. Shit. Hinter Minions. Easy. Ich hab keine Ahnung, wie das jetzt mit Trundle wird. Okay. Cue. 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 Back. Wuppa. Da nicht. Öy, Po! Kogni! Es wird anstrengend. Denn, Mann, Ash ist ein Fernkämpfer. Ich dachte irgendwie, dass ich irgendwas wie... Ok, alles für Fernkämpfer. Irgendwas anderes in der Mitte bekommen. Ich wollte doch eigentlich gar nicht Mitte gehen, aber... Sie sind alle... haben alle gesagt, ja, die gehen da und da hin, dann dachte ich mir so... Ja, ok, dann muss ich Mitte. Geh, ich halt Mitte. Und, ja. Äh, ja, mit dem anderen Mikrofon übrigens. Falls ihr das nicht gemerkt habt. No, ey, was war das denn für Damage? What? Äh, was? Alter. Ihr habt das Damage grad gesehen. Also ich hab gekrittet, wie's aussieht. Bop. Bop. Keine Chance, Alter. Und OBS pusht meine FPS einfach ständig auf 60. Wie ihr seht, ich hab... Warte. Eigentlich ohne Deckelung an. Äh, habt ihr noch eigentlich so meine... Ein paar mehr FPS, ne? Aber irgendwie zieht OBS das alles runter. Warum auch immer. Use ich DP? Ne, ich lass ihn mal ein bisschen pushen. Ich bin mit meiner W eh schnell genug. Einfach durchgehend ready, ey. König der König der Troll in den Kanten. Bop. Noch dann nicht. Bop. Komm her. Beißen. Okay. Okay, Trondle könnte ziemlich witzig werden. Warum level ich Q? Ich könnte irgendwie eher meine E-level, ne? Das würde, glaub ich, mehr Sinn machen. Okay. Oh, schon geil, dass er, äh, dass Earth noch eine Woche draußen ist. Das ist schon ziemlich cool. Ich hab auch mit irgendwie zusammen aufgenommen, aber ich hab grad keinen, der on ist. Dies nack ich mir. Bop. Ist das geil. Ohne Witz, what? Dieser Damage. Horrible. Ist ja mal übel. Schon nett. Schon nett, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich Kha'Zix haben. Kha'Zix ist nämlich so geil in Earth. Kha'Zix ist übel gut in Earth. Übel GG. Komm her. Nein, falsche Richtung. Upp. So viele Pickel. Nein. Ah. Okay. Egal. Ich schaube zuerst ein Blade. Einfach. Aus Prinzip. Ich könnte mir natürlich auch eigentlich erst ein Trinity holen. Beziehungsweise den Life-Steel halt nutzen und danach Trinity holen. Also jetzt Trinity holen, so. Weil, ist schon gut. Trinity ist schon ein ganz geiles Item. Okay. Komm her, Ash. Bup. Ich snack' ich mir, du. Nein! Sie hat auch Ulti bekommen. Oh, lol. Ich hab nicht hier Level 6 gesehen. Okay. Ich sollte nicht so greedy da rauf gehen, oder? Und mir Boots kaufen. Ash ist halt immer noch Fernkämpfer. Was sind die eigentlich Topline? Karma und wen? Karma und Riven. Okay, muss ich noch switchen. So, wir haben Zer und Swain. Okay. Wrexler spielt Adi. Er hat in der Champions Select nämlich gesagt, der will vielleicht AP spielen. Aber wie es aussieht, spielt er doch Adi. Und Riven wird halt übel nervig später. Der hatte ich auch schon in den Erf und das ist einfach... Oh, das ist so broken. Das ist so broken. Spielt ihr Ash AP? Nee, sie spielt Adi. Okay. Ein Kumpel hat nämlich letztens Ash AP gespielt. In Earth. Einfach so, weil sie voller Bock drauf hatte. Bap. Nice. Keine Ulti. Okay, aber macht Damage. Okay, ich sollte nicht diven, wenn ich kein Leben habe. Und keine... Also keine Resistenz. Gut, ich stehe 2-3. Aber es ist Earth. In Earth kann man fieden. Juckt nicht. Juckt einfach 0. Aber wir müssen gleich mal Dragon machen. Ich glaube, ich mach gleich Dragon. Ja, ich mach jetzt Dragon. Und können wir mal die Bot Lane. Ich bin der Volk. Ich bin der Volk. Irgendwie. Glaube ich. Oh, Läu. Boop. Okay. Kommt die Ash runter? Weiß ich nicht. Ich mach Dragon. Zack. Zack. Einfach Q'n. Ich hab schon wieder... Hab ich die Q schon wieder geskillt? Nee, ne? Nee. Das ist der Ulti. Stimmt. Ich bin noch nicht Level 7. Stimmt. Und... Und schon haben wir einen Dragon. Nice. Wieder den Nippel skillen. Bisschen hier holen. Oh, 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 oh. Wo packen die den? Die packen den easy, oder? Nee. Doch. Okay. Dann geh ich wieder mit. Schnapp mir mal die Ash. Jetzt kann ich sie... Ja, jetzt kann ich sie natzen. Bop. Ja, jetzt hab... Ja, gut. Wenn ich nicht dive, dann ist sie halt easy. Dann ist sie halt easy. Alles klar. Glaub ich so jetzt... Erstmal den Tower. Und dann denk ich nochmal irgendwie ne Lane oder so. Schön Trinity procken lassen. Ich bin grad mit meinen Tasten durcheinander gekommen. Ich wusste nicht, was ich drück... Oh, lol. Wuppa. Ich krieg... Ne, lol. Ich hab's einfach nicht hingekriegt, diese verdammte Pflanze zu klicken. Nice. Aber wir haben unseren... Unser Trinity. Und ich glaub, ich... Haben die AP? Ja, die haben AP, naja. Ich glaub, ich gönne mir lieber Magic Reasy Boots. Oder? Erstmal kann ich mir... ...nen Dolch gönnen. Okay, die haben den. Ach man, ich muss halt diesen Tower in der Mitte kriegen. Ich glaub, ich gönne mir gleich als nächstes erstmal ne Titanic. Nach dem... Nach dem Blade. Okay, dann kommst du halt nicht zu mir. Spielen wir halt nicht. Nie willst du mit mir spielen. Kann die mal aufhören? Okay, sie hat keine Ulti. Meine Chance. Solltest du halt nicht machen, Ash. Solltest du halt nicht machen. Deine Ulti verballern. Weil dann kann ich dich easy reifen. Aber ganz, ganz easy. Und ich glaub, ich mach... Ich skill nicht mal meine Q hoch. Glaub ich mal. Ja, das ist... Muss ich nicht. W hochskillen ist, glaub ich, sinnvoller. Klar, vielleicht der Damage von meiner Q ein bisschen, aber... Die W ist halt, glaub ich, trotzdem sinnvoller. Hab ich! Ha! Ach du Kacke, ey. Einfach nur ach du Kacke. Hopp. Ich hab mehr Estes bekommen. Juhu! Juhu! So, wer ist da? Riven. Nein! Aber haben wir. Nice. Er hat den Ballwolf. Wen hat er bekommen? Hat er den Darius gekillt? Neu. So. Äh, Magic Reasy Boots. Und bitte eine Titanic. Mach ich mal so. So, jetzt nächstes. So ein bisschen mehr Life. Den Life haben wir echt wenig. Ich glaub ich kippe top. Möde ist der Rex da jetzt hin. Kommt der Riven. Hopp. Geh weg! Mann! Riven hat halt durchgehend ihre Queue. Das ist übel krass. Das ist übel. Hopp. Aber ich drag mich mittlerweile ganz gut hoch. Und natürlich immer in mir ein Red... Ich hol mir einen Red Buff. Einen, einen Red Buff. Ich mach halt ein Out-It und hab Queue. Queue, Out-It. Queue, Out-It. Out-It, Queue. Out-It, Queue. Sie kommt hier lang. Oh ja. Oh nein, sie kommt nicht hier lang. Oder kommt sie hier lang? Egal. Bam! Hallo Riven! Wuhu! Ach du Kacke! Das war knapp. Ein bisschen. Na wo ist er? Da ist der TF. Bitte. Okay. Äh, Botley meine ich. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich... Boah, ich brauch halt noch ein bisschen mehr... ...Lifestyle eigentlich. Dann könnte ich, glaube ich, Barren sogar easy machen gleich. Meine Texte ist aber bei 2,9. Nein! Ach ja, ich liebe Trundle. In Earth und normal. Trundle ist doch einfach übel OP. Komm her! Ich bin nicht aufzuhalten! Ach, du Kacke, ey. So strong! Und so fucking krass in Tag Speed, alter! What? Moins! Moins! Okay, nicht meins. Wir Dragon machen! Nein! Minions! Okay, lol. Ich kann mich auf die Dinger... Kipin! Krass! Wiss ich gar nicht. Nett! Flash! Der Flash war so worth, alter. Der war so worth. Nein, Swayne ist gestorben! Alter Vater, ey. Die sollen einfach alle weggerackt werden. Äh, was gönne ich mir denn als nächstes? Komm. Bisschen Tankiness muss ja auch mal sein, ne? Ich glaube, ich komme da nicht mehr rechtzeitig hin. Ich glaube, ich komme da nicht mehr rechtzeitig hin. Oh! Rhythm hat ein Kill. Krass! Ja, da steht auch 11-10. Ah. Ist das der Panther-Dream? Ist das der Panther-Dream? Ich weiß es nicht. Oh ja, vielleicht nicht. Nein, okay. Schade. Man darf es ja mal versuchen, ne? Man darf es ja mal versuchen. Aber dafür habe ich halt keine CT-Immunität oder so. Kein Lifestyle, also nicht genug. Ich sollte mir ein Geistessicht holen, oder? Oh ja. Eigentlich schon. Ich gönne mir jetzt den Deadman's Plate. Danach eine Geistessicht. Habe ich gut leben? Kann ich die Hydra definitiv eigentlich noch umfunktionieren? Weil wir ja später kriegen wir ja so viel Leben noch dazu. Das ist ja... Das ist ja schon nicht mehr normal, ey. Das ist ja schon nicht mehr schön. Ja, Leute. Okay. Das hat sich erledigt mit dem Geistessicht kaufen und so. Aber nice. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge. League of Legends. Zwar eine ganz kurze Folge bei Earth und so. Aber naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein.